Moin Leute, hier zurück bei Dragon Dogman 2. Ich weiß auch noch nicht, was hier abgeht, richtig, aber wir machen einfach mal weiter. So, äh, ich bräuchte eigentlich irgendwie mal eine Rüstung. Ich bin immer noch der Meinung, ich hab's irgendwie übersehen. Aber hier ist nix, glaube ich. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wo, Mann. Was ist das für ein Gebiet, ey? Äh, Moment, ich muss ja kurz Gegenstände, Aufträge. Reise in die Hauptstadt, um deine Identität zu prüfen. Zu bestätigen. In die Hauptstadt, um bestätigen die Identität. Ja, okay. In die Hauptstadt. Okay, das machen wir jetzt. Dann müssen wir ja ruhig wieder rauslatschen. Die Frage ist nur gerade, wo. Ach, da ist er ja. Warte mal. Ach, jetzt ist ja englisch alles. Stimmt, ja. Wir haben vorher noch die Medizin abgegeben und so. Ja, ja, ja. Kommt noch wieder drauf. Es gibt das mal eben. Wie gesagt, das ist mir zu viel. Äh, ein Nest voller Probleme. Ja, gut, dann machen wir das auch mal eben. Wo ist das Nest denn? Äh, wo ist das Nest jetzt? Kann ich nicht mal eben irgendwie reinzoomen oder so? Doch, kann ich. Aber wie? Also. Ach, man. In der Steuerung und so, das, äh, das läuft noch nicht. Was ist da? Ach, ist doch neben mir. Da unten. Äh, ja, muss ich auf die andere Seite ran oder was? Ich glaube schon. Oi. Wo do you think you're... Oi. Ja, wie gesagt, das Spiel ist für mich noch nie angekommen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob mir das auf Dauer gefällt. Das wird sich dann alles zeigen. Oder auch nicht. Ah, ein Material. Wichtigste Dinge, diese? Was sind denn die Dinger jetzt? Differente Kombinationen von Materialien resultieren in unterschiedlichen Kreationen. Oh. Die Erhissung hat sich verblendet. Boah, ich bin jetzt tot. Äh. Oh, da hab ich jetzt noch was gebaut heute. Da soll man ja die Fäden aus meinem machen. Ich füge einfach zu. Ah, da, da. He, he, he. Ziemlich Energie. Na, danke, Team. Wie läuft. Ja, wo abgeschlossen war? Leider habe ich zu wenig, äh... Krisskampf. Hm. Was sind die Eier auch noch zu stören hier, oder was? Oder was? Oder was? Wir haben jetzt niemanden, die uns zu heilen in Zeiten von Neid. Haben Sie sich gedacht, du bist ein Major-Self-Master? So waren es alle Eier. Guckt schon, ne? Hier ist ein Schwanz. Joa. Dann können wir nochmal zu ihm zurückgehen hier und dann nochmal den Dude ein... äh, einfordern. Aber wie man sieht, ich habe ziemlich Energie. Das nervt. Ha. Kann man kurz mir mal Energie geben, oder so? Habe ich noch irgendwas zum... heilen? Was ist das? Irgendwie... das ist nicht so gebracht. So, wo ist denn der jetzt? Oder habe ich den Auftrag schon automatisch abgeschlossen? Erstattet Lennart Bericht, ja. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn Lennart? Der stand doch eben hier. Ach, der ist er doch. So, mal kurz was gibt mir. Ja, ja. Was soll ich machen? Was ist nun los? Wieso verlier ich Energie? Ich verliere Energie. Ich bin vergiftet, aber warum? Hä? Ich verliere Energie, warum? Ich bin gleich tot. Soll ich das Gift hier irgendwie tragen oder so? Hä, wieso verdiene ich Energie? Ich verliere Energie, Arisen. Hä? Was zum Geier ist das für ein Mist? Was ist das für ein Mist? Habe ich da eh mal was Falsches gegessen oder was? Was ist das für ein Blödsinn? Na egal, komm, ich mache jetzt eine Mission weiter, ey. Da kriegst du ja schon wieder einen Krampf bei. Na sowas geht überhaupt nicht. Der dreh ich am Rat, sag ich wie es ist. Dreh ich auch gar nicht dir. DESCRS Wir können jetzt ein paar wählen und sie benutzen, wenn die Neue entsteht. Ja, ich brauch eigentlich auch, äh, Krimskrams, ne? Ich brauch eigentlich, äh, Heilungssachen und all so'n Kram, ey. Das kann ich so viel, äh, Antigift oder hier irgendwas. Das kannst du ja vergessen, ey. So, geh ich mal hier was kaufen vielleicht? Well met. Huh? Hope to see you again. Äh, ich weiß es. Oh, puh, puh. Ich muss sogar ein bisschen beruhigen, weil das ist, äh, wie gesagt, eigentlich nicht meine Spielwelt. Das sage ich ganz ehrlich. Eigentlich, einige Sachen finde ich hier gut, einige Sachen finde ich mega stressig. Und ich will eigentlich nur, äh, neue Rüstung haben und Heiltränke. Hier sind überall Rüstung rum, ich kann die nicht mitnehmen. Was wollt ihr? Ach, sie ist über Lister. Ach, nö, jetzt bin ich umsonst hochgelatscht. Oh, man. Das ist eine kraftvolle Wege. Ein solches Bult, die von ihm entfernt, würde eine riesige lethale Kraft tragen. Oh, ho. Ich kann mich über alle Worte für eine Kontrappung wie dieser. Kommt der jetzt her. Können wir nicht eine Kontrappung für unsere Enemies? Waren die hier jetzt alle hinterher? Ach, so. Ich will eigentlich irgendwo Tränke kaufen oder so, ey. Mann, Mann, Mann. Ich dreh gleich ab. Hier ist auch nix. Hä? Wo kann ich verdammt nochmal Tränke kaufen und so? Nirgendwo hier oder was? Ah. Oh, das ist. Ich kaufe erst mal nur ein bisschen kleinere Sachen. Das ist wohl noch eine Hose. Ah. 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 Ja cool, da hab ich ja meine Rüstung jetzt und so, wusste ich nicht. Juhu. Tja, werft einen Giftbehälter in ihr Nest, um einen Rest zu beben. Ja, wir haben ja schon gesehen den Behälter, aber das Problem ist gerade, die kann ich dir nochmal nehmen, ergreifen, ne, verteidigen, kämpfen, wechseln, fehlen. Wieso nervst du mich jetzt? Geh weg. Ich meine, ich habe meine Gefährten, wieso können die das Ding nicht tragen, ne? Du, 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 war das jetzt hier runter? So, eher gesagt, werfen, ne, also eher eins. Das ist nicht so einfach, wie man denkt, Leute, ne? Also, Störung ist sehr, sehr schwammig auch, also das ist nicht ganz so geil, wie ich finde. So, erledigt. So, jetzt müssen wir jetzt aber zur Stadt latschen. Was wird eigentlich jetzt ein bisschen Rüstung und so, wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich? 4.733, okay. Gegenstände habe ich auch noch ein paar, ich kann nochmal vielleicht noch einen Apfel, das ist ein verdorbener Apfel hier. Den will keiner. Da habe ich mich wohl vorhin vergiftet mit irgendwas. Aber ist ja auch bescheuert, dass ich sowas noch essen kann. Na ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh! What's going on? Are we dead? I'm dead I'm dead I'm dead What's Böse? Guck mal, die nehmen wir nochmal mit hier Das ist auch ein Fehler You're too fast for you Moment Wieso kann ich die Tränke eigentlich nicht auf Kurzweil machen und so Guck mal schon Was ist so da? Alter, das Spiel habe ich noch lange nicht drinne Das, äh, ich weiß auch gar nicht wie und wahr und so Ey Die Störung ist sehr sehr hakelig, wie gesagt, die gefällt mir noch nicht Having more of these to hand, Oort serve uns well in battle Watt sagt, wir haben einen in der nächsten Foe, den wir treffen Aber ich brauche die EP Und ich brauche die Anna Kram auch alles hier Ist es nichts, was wir über diesen Obstaklen tun können? Ich kann auf einen Moment notice, Master Äh, äh, shall I assist Das ist ja schon wieder nervig, ey Oh man Wenn das nicht regelmäßig spielt das Spiel Dann hast du aber die A-Karte, sag ich dir Okay, dann los Los, los, los Ja, ich will das nicht skippen, wie gesagt, ich will weiterkommen Ich habe jetzt keine Lust, 3 Mio und blablabla anzuhören Also für die 3 Mio und blablabla Was ist das denn hier? Aha Ich komme ja schon Ich gehe nochmal kurz überall so lang, weil ich sehen will, ob ich da noch was looten kann Ja, siehste Ob es alles was bringt, was ich hier sammle, ist eine andere Frage Ich hoffe schon Okay Ochskarre nicht aufgetaucht? Nicht so gut Haarknolle Ich muss überlooten, ey Wie ist das nervig Oh Ist gut, dass sie mir hier überall Kisten liegen lassen, dass ich looten kann Das freut mich dann doch ein bisschen Naher, der Blitze Okay, was ist das denn? Vielleicht irgendwas erlernen eigentlich dann? Ich weiß nicht, ob diese Zauber wirken muss, wenn ich im Kampf bin oder jetzt schon vorher, das weiß ich leider gerade nicht Was ist hier los? Hm Hier schon überladen oder was? Oder stand da eben? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Gehe ich überhaupt richtig? Melbe Außenposten Außenposten Los Was war das? Was war das? Oh oh Gehe ich da, Master! Ich komme zum Einsatz Gehe ich da, Master! Ah, alle draufgegangen hier War kein Loot Oh Das ist hier 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 Stein los Wie viel coole habe ich jetzt eigentlich gesammelt? 3000 wieder, ok sehr schön ich war einfach zu vollgepackt kann das sein wo stehen wie ich tragen kann ich sehe es nicht keine ahnung nein nicht geben ich glaube ich werde das machen ich denke ich werde das machen ich denke ich werde das machen Hmm, das ist eine neue Spring-Ding-Slinge geworden. Das ist schwer. Okay. Äh, sorry, ich muss nicht was machen hier. Hey. Hey. Hä? Bist du bald weg? Was? Da sind die alle. Wieso humpeln die alle auf einmal? Äh. Bringt das was, was ich da gerade mache? Hab ich das gerade selber genommen? Äh. Ne, bringt doch noch was. Okay, ich würde gerade sagen, ich habe jetzt keine Lust die zu verlieren. So, wir müssen jetzt weiter lang, ich weiß es gerade nicht. Drehen auf jeden Fall. Auf jeden Fall en masse Tränke kaufen und so, ey, sonst kommt man hier nicht weiter. Ah, da sitzt ein Kiech irgendwie auf dem... Die ist gut. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Wieso? Da sind sie auch schon ballern, okay. Mir wird zu schwer. Ist das ein Magen? Das war großartig, wenn ich so selbst sage. Unsere kombinierte Macht ist außer jeder Spaß. Kommen wir gleich mal an oder so? Was? Ich konnte nichts drücken, ich konnte nichts drücken, Leute, ich konnte nichts drücken. Ich habe gedrückt, weglaufen, weiß ich was alles, da hat nichts gebraucht, war ich jetzt denn tot? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach man, das nervt mich voll ab hier in dem Game, ganz ehrlich. Das nervt mich richtig ab. Kann man nicht angehen, Alter, ich eier da nur ein bisschen rum und zack bin ich tot oder was? Oh man, ey. Geht gar nicht gerade, wie gesagt. Sehr enttäuschend finde ich das. Häng in dann, Master. Ich komme zum Einsatz. Ja, ich bin viel zu schwer, Alter. Wie sieht man das, wo man zu schwer ist hier? Was ist das hier? Sieben Kilo. Bescheidene Lager. Geben. Was immer ich da jetzt gerade gemacht habe. Geben. Ich bin der Orientierung verloren. Ach so, da oben steht noch einer. Verlust und Wiederbelebung. Ja, bla bla. War. 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 Was excellent. Ich könnte nichts mehr machen. War. 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 Ah ja, ich hab das Spiel nicht verstanden, immer noch nicht. So, irgendwie irgendwie hier ging es schon, dann krieg ich irgendeinen Ring oder so. Ah. 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 Oh, warte mal, da sind noch die Wölfe drinnen, ne? Wie war das? Vielleicht, das wird ein wenig konsequent sein. Es sollte dort gefunden werden, kannst du es nicht sehen? Lass uns ponderen, wie gut es geht. Das war das Bestienröppchen. Okay. Das war so ein Ausrufezeichen. Na ja, komm, wir machen weiter. So, warte mal, wie kann ich die Laternen anmachen? Oh, look, ein Schuss. Also, da müssen wir ja auch noch irgendwelche Lager aufmachen und so, okay. Jetzt haben wir alle voller Energie, das ist natürlich geil. Ja gut, dann können wir ja weitergehen. Das war jetzt natürlich gut. Das Lagerfeuer jetzt da immer, also mein Schützpunkt da immer jetzt, oder was? Unsere Traits messen gut zusammen. Egal von uns ist zu einer anderen Aufgabe. Ich bin attentiv und loyal und prefer, zu bleiben bei deinem Seite. In der Kampf, ich folge deinen Lied und priorisieren die Unterstützung. Moment. Äh. Äh. Moment. Der ist Stufe 7, durch den lieber mit, wa? Geschenk geben. Äh. Was soll ich denn geben? Apfel? All told. I'm rather satisfied with my performance. Are you fit to travel? Also, musst du ja immer die Gefährten alle nacheinander austauschen, oder was? Scheint so. Was ist das? We're trapped. We're trapped. Yo, ist klar, Alter. Hey, hey, hey. Zyklop. Ja, dann mach die mal fertig. Ich guck zu. Ich, ein Cyclops. Ich glaube, dass wir uns hier nicht mehr von alten Plätzen haben. Ein Cyclops. Ich bin auf deinem Garten. Und ich bin auf deinem Kompfon. Und ich glaube, dass wir ihn nicht mehr überlegen. Ich bin auf deinem Kompter. Ich bin bei der Maul, der zu Willie. Ich bin auf deinem Kompter. Ich bin auf deinem Kompter. Ich bin auf deinem Kompter. Ich denke, sie sind losse. Ich bin auf meinem Weg! Das ist alles ein bisschen durcheinander, alles irgendwie. Ah, okay. Der Weg ist blockiert. Die Fahrt kann nicht durchlaufen. Ein körperlicher Wind sollte diese Röcke zu krummeln. Wir können ihn besuchen. Was soll ich das jetzt machen? Unförmiges Auge. Da haben wir ein riesen Tief mal gelegt hier. Nett. So, jetzt müsst ihr irgendwie... Jetzt Steigen schmeißen oder so. Was müsst ihr machen? Oh ja. Wie geht's Leben noch? Hehehe. Los soll ich gehen weiter. Moment. Das ist noch eine Truhe. Wir sind voller mit. Aus Kontrolle! Umsglis es noch mehr Kopf하нуть! Wir sind voller mit. Ich Jaw che gehst. Wir sind voller mit. Einen nicken. Goblins! Was für rotzene Glück! Wir brauchen deine Hilfe gegen sie, Herr. Ich will ja erstmal sitzen. Ich werde mal kurz was probieren. Kann ich jetzt irgendwie so ein Buch hier aktivieren oder irgendwas? Ah, okay. Kann ich noch was benutzen? Also habe ich das Buch jetzt immer noch? Oder ist es weg? Ist weg, ne? Ja, ist weg. Oh. Na ja. Ja. Moment. Hinten ist alles gelootet? Bin mir nicht sicher. Ach, Mann. Am nächsten Morgen. Okay. Sind wir wohl da, hoffe ich zumindest. Ei, ei, ei. Da ist wohl die Hauptstadt. Oh ja. Ja, aber doch. Ich bin ja, ich bin ich sicher. Captain Brandt, dieser Person hat einen Porn durch eine Riftstunde geschehen. Ein paar Witnessen können ihn attestieren. Obwohl ich ehrlich gesagt habe, dass ich meine Gefühle hatte. Es scheint, dass dies kein Verzweiger ist. Das ist nicht ein schlechtes Wort. Wir haben unsere Hides auf dem Weg hier geschehen. Wie gesagt, durch die große Wille unserer Welt, kann nur eine Erkrankung sein sein. Das Erkrankung nun liegt in der Palace. Indeed, er ist unser Sovereign und das Recht, der folgt. Also, dass dieser Ruffian vor uns ist nicht. Du musst auf die Frage stellen. Wenn du dein Leben wert, wirst du nicht versuchen, zu fliehen. Ich werde mich selbst überraschieren. Schau dir nach draußen. Ich bedenke mich für meine Insolvenz, Frau Majestin. Wenn die Königin-Regenten gelernt hat, wirst du nicht verraten. Ich habe keine Wahl, als zu verraten. Ich habe keine Wahl, als zu verraten. Ich habe keine Wahl, als zu verraten. Lest meine Erkrankungen ziehen, aus meine Augen zu verraten. Ich habe keine Wahl, als 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 zu verraten. Und nach dem Konsul über den Konsul passen, wenn es all aber sicher ist, dass ihr Kind sein würde, dass ihr Vater sein würde, sein Vater zu nehmen. Das ist eine Wahl, als zu verraten. Das ist eine Wahl, als zu verraten. Das ist eine Wahl, als zu verraten. Die Erkrankungen in der Nähe. Die Erkrankungen von der Erkrankungen während du von deinen Wäldern erhieltest. Um dich zu verabschieden, würde sie folgen das. Sie hat eine Replace-Mann vorbereitet, um als Sovereign in deiner Stad. Aber mit deiner Majestät zurückgekehrt, habe ich keine Intention, zu twiddeln meine Gedanken. Ich werde einige Pläne bezeichnen, um unsere Grunde zu stärken. Präzise. Besuch mich. So, ja gut, da haben wir auch geschafft. Das war schön. Da sitzt der Chefvertreter, das Trophäe erhalten. So, das spielen wir im Hauptplanen und so. Ja, das werden wir da bei dem nächsten Schritt weitermachen. Wie gesagt, das ist einfach zu viel des Guten, ey. Genau. Ja, danke bis hierhin fürs Zusehen. Wie gesagt, mal gucken, wie das Spiel noch so wird. Ich bin gespannt drauf, aber einige Sachen sind halt auch ein bisschen anstrengend hier in dem Spiel. Wie gesagt, die Kämpfe kommen nicht ganz so geil rüber, wie ich es gerne hätte. Also die Steuerung so und das Feedback so ist nicht so ganz so gut, finde ich. Und ja, schauen wir mal. So, danke erst mal bis hierhin. Danke fürs Board reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Dogma 2. Tschüss.